Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man den Agenten einen Wert zuschreibt und wie man diesen Wert dann auch farblich darstellen kann. Jetzt geht es darum, dass wir versuchen, diese Agenten quasi in der Reihenfolge mit einem einfachen Bubble Sort zu ordnen. Das funktioniert wie folgt. Ich teste quasi mit meinem rechten Nachbarn, ob ich den größeren oder kleineren Wert habe. Wenn ich kleiner bin, dann tausche ich den Platz mit meinem Nachbarn und wenn ich größer bin, dann soll nichts geschehen. Um dies zu tun, brauche ich als erstes einen Test. Und zwar testet der meinen Wert. Und jetzt wird es ein bisschen, ob der Wert kleiner als, und jetzt brauche ich etwas gut, den Wert meines rechten Nachbarns und das mache ich mit den eckigen Klammern und schreibe hier write. Das heißt, ich teste, ob mein Wert kleiner ist als der Wert write. Dann schicke ich dem Nachbarn eine Nachricht. Dafür brauchen wir dann nachher eine Methode. Aber jetzt zuerst sage ich meinem Nachbarn, und zwar auf der rechten Seite, jetzt brauchen wir eine neue Methode, und sage dem, gehe links. Auch hier gilt, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen. Okay. Also wenn ich teste, dass ich kleiner bin, sage ich meinen Nachbarn, er solle nach links gehen. Und ich selber? Ich bewege mich nach rechts. Okay. Jetzt brauche ich diese Methode, und jetzt brauchen wir dieses on. Und jetzt sehe ich schon, wenn ich auf unknown klicke, kriege ich diesen Wert hier, diese Nachricht, gehe links. Und jetzt muss ich noch definieren, was denn bei gehe links geschehen soll. Und logisch, du sollst nichts anderes tun als gehe links. Weil ich diesem Nachbarn gesagt habe, er solle jetzt diese Methode hier ausführen. Wir testen nun, ob das gelingt. Ich stelle zuerst auf langsam. Und jetzt sehen wir, dass sich diese Agenten der Größe nach, also je heller, desto links, und die dunkelblauen Agenten auf der rechten Seite anordnen. Und schon habt ihr einen ersten kleinen Bubble Sort programmiert. Vielen Dank. Vielen Dank.